Hallo! Dann gibt es hinten einen Raucherbereich. Rauchen ist eh viel besser als schwitzen. Was möchtest du gerade sagen, Rasmus? Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Achso, Peter Niemann steht an der Säule. Achtung mal drauf. Das nächste Lied heißt John Peter, The Dragon of Steel. Und ich träume gerne wärmer. Auf Wiedersehen. Das nächste Lied. Also ein Millionen Fertig. Das erste Lied. Das heißt David. Das ist das erste Lied. Das ist das nächste Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020